Was geht ab Leute, euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite-Shop vom 06.11.2023. Wir sind schon vor der Shop-Aktualisierung da und schauen uns diese ganzen Skins hier im Hintergrund an, bevor der neue Shop am Start ist. Natürlich für jedermann, bevor es losgeht, benutzt natürlich gerne meinen Creator-Code BROTHERFRPZ. Dann, meine Freunde, würde ich sagen, dass wir uns mal dem Shop hier widmen. Also fangen wir doch ganz rechts an. Und zwar ist hier das Flankes OG-Spin-Paket. Da ich hier zwei Sachen davon habe, ist das Paket natürlich für mich günstiger und zwar 400 V-Bucks statt 1200. Im Paket mit dabei ist der Sichelschläger, den ihr gerade hier mit uns sehen könnt. Meiner Meinung nach nicht die beste Spitzhacke, aber nimmt man definitiv mit. Dann haben wir einmal hier Schnorchel-Obs am Start, wie wir gerade hier mit uns sehen können. An sich ein Skin, den man definitiv öfter sieht in den Lobbys. Meistens von Schwitzern genutzt, aber kann man auf jeden Fall benutzen. Dann haben wir das Luftschiff als Gleiter am Start. Meiner Meinung nach tatsächlich ein unnormal hässlicher Gleiter. Also wirklich, also dieses Luftschiff braucht man wirklich nicht. Also das Paket, Leute, braucht ihr nicht, wenn ihr die anderen Sachen nicht habt. Also kauft euch das auf gar keinen Fall. Also das ist wirklich hässlich, hässlich, hässlich. Dann kommen wir tatsächlich jetzt hier weiter zur Schattenagentin. Die Schattenagentin wird begleitet von der Vorahnung als Rückenaccessoire. Das Ganze wurde tatsächlich in der Season 1 eingeführt, wie ihr gerade links oben sehen könnt. Das Ganze kostet 1500 V-Bucks und beinhaltet zwei unterschiedliche Stile. Einmal den weißen Stil und einmal den schwarzen Stil. Dann geht es auch schon direkt weiter und zwar zu Dynamo. Dynamo ist hier so ein Wrestling-Charakter. Den sollte man auf jeden Fall kennen, denn der ist seit der Season 5 am Start. Das ist Teil des Lucha-Pakets, denn diese Dame hier hat auch tatsächlich einen männlichen Begleiter. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, aber wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Auf jeden Fall hat dieser Skin auch eine männliche Variante. Meiner Meinung nach sowieso die weibliche Variante viel besser. An sich kann man an dem Outfit jetzt nicht viel ändern, aber es ist definitiv ein Skin, den ich persönlich feiere. Dann geht es auch schon weiter und zwar direkt zur Eisbrecher-Spitzsacke. Also wirklich eine absolut langweilige Spitzsacke. Nichts Besonderes ist seit der Season 1 am Start. Eine Spitzsacke, die man nicht unbedingt in seinem Spind haben muss, finde ich. Also wirklich für 500 V-Bucks gibt es da mittlerweile viel, viel geilere Sachen. Dann kommen wir zur Arctis-Assassinen und zwar ist die für 1200 V-Bucks im Shop. Dieser Skin ist auch tatsächlich aus der Season 1. In letzter Zeit kommen richtig viele Skins aus der Season 1 hier in den Shop. Der halbe Shop hier ist gefühlt mit Skins befleckt, die schon seit der Season 1 am Start sind. 1200 V-Bucks, naja, muss nicht sein. Ich sage euch ehrlich, das wäre meiner Meinung nach ein Skin, den man für 800 V-Bucks oder so mitnimmt. Aber 1200 V-Bucks ist definitiv zu viel. Und dann haben wir hier auf der linken Seite, im vorgestellten Bereich, den Raptor. Raptor gibt es einmal in der Standard-Version. Einer meiner allerersten Skins, die ich gekauft habe. Wenn nicht sogar der allererste Skin, den ich damals gekauft habe. Vor allem der erste Legendary-Skin. Damals habe ich den gekauft und ich dachte mir, holy shit, bin ich krass, Alter. Aber ich sage euch ehrlich, der Skin hat nichts damit zu tun, wie gut ihr seid. Am Ende des Tages seht ihr gerade im Mittelrund die Halloween-Version. Auch ganz nice, nimmt man auf jeden Fall mit. Wurde damals in der Season 5 oder in der Season 6 hinzugefügt. Und auf jeden Fall richtig geil. Rückenaccessoire Raptor Rucksack ist natürlich auch mit dabei. Auch ganz cool. Habe ich immer gerne mit anderen Skins kombiniert. Da das Ganze super gut zu anderen Skins passt. Also kann man definitiv mitnehmen. Und 2000 V-Bucks, Leute, ist schon viel. Ja, kann man auch mittlerweile was anderes kaufen mit 100%. Die Skins sind vielleicht cooler. Aber es ist auf jeden Fall ein Stück Geschichte. Dann kommen wir hier zu einem neuen Skin. Denn dieser ist erst neu hinzugefügt worden. Und zwar ist das das Kartenkollektionen-Paket mit dem Kartengeber als Skin. Der Kartengeber hat vier unterschiedliche auswählbare Stile. Diese können wir uns natürlich gerne im Hintergrund anschauen. Es gibt sehr viele, wie ihr sehen könnt. Nimmt man alle mit oder man lässt es sein. An sich sind hier viele Sachen mit dabei. Ich meine, hier ist der Kartenkoffer als Rückenaccessoire. Gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Stilen. Plus der ist reaktiv. Dann haben wir die Spitzhacke. Gibt es auch. Tatsächlich in unterschiedlichen Stilen. Und dann haben wir immer Pink-Pick-König, Herz-König, Kreuz-König und Karo-König. Als Gesamtpaket muss ich dazu sagen, dass es für 1800 Euro viel besser wäre, als der Raptor-Skin hier für 2000 V-Bucks. Und an sich sieht der Skin ganz in Ordnung aus. Vor allem die Spitzhacke finde ich mega cool. Aber kaufen würde ich mir diesen Skin jetzt in allererster Linie nicht. Der neue Shop fängt auch schon gleich an, sich zu aktualisieren. Und zwar in tatsächlich 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Was ist heute am Start, meine Freunde? Und wir haben... Ja, perfekt, Digga. Hat ja gut geklappt. Ja, okay. Okay, okay, okay. Okay. Interessant, Leute. Interessant. Okay. Wir haben hier tatsächlich heute einen Stranger Things Shop am Start, wie ich das jetzt gerade erkenne. Sind die anderen zwei Skins aus Stranger Things, die bereits da waren, da? Außerdem ist heute ein neuer Skin am Start. Doch bevor wir uns dem widmen, widmen wir uns erstmal den langweiligen Sachen. Und zwar haben wir zum einen Eddie Speer. Dieser Speer ist hier aus dem Stranger Things Paket. Oh, 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 okay, okay, okay. Moment mal. Moment, 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 Moment. Das ist ja alles aus dem Stranger... Wow. Es ist ja wirklich nur ein Stranger Things Shop. Okay. Da würde ich sagen, das haben wir uns hier angeschaut. Eddie Speer. Meiner Meinung nach nichts Besonderes. Steve's Schläger. Sieht cool aus. Kann man auf jeden Fall mitnehmen für 500 V-Bucks. Ist mal was anderes. Und dann haben wir hier nochmal ein Emote. Und zwar reichhaltiges Telekinese-Führ-Stück. Ah, Frühstück. Okay, alles klar. Ja, äußerst interessant, aber nichts, was ich jetzt mir persönlich gönnen würde. Aber für das, dass es so ein außergewöhnlicher Emote ist, für 200 V-Bucks, voll in Ordnung, sage ich euch ehrlich. Dann haben wir hier als Rücken-Accessoire einmal Hoppers Hütte als Diorama oder wie man das Ganze aussprechen mag. Finde ich cool, dass es hier unterschiedliche Stile hat. Dieser dunkle Stil scheint richtig nice zu sein. Der leuchtet schön und ich denke mal, wenn es in Fortnite ein bisschen dunkler ist, hat man hier auf jeden Fall definitiv ein richtig nices Aussehen. Dann kommen wir tatsächlich zu 11. 11 hat immer Moralschaden. Guckt euch mal die Gesichtszüge an. Digga, dickste Moralschaden. Sie könnte auch mal ein bisschen fröhlicher schauen. Aber was ich euch definitiv sagen kann, die Skins sehen halt gefühlt null aus vom Gesicht her wie die Schauspieler. Das wisst ihr, denke ich mal, auch selber. Aber sie sollen ja nur die Charaktere symbolisieren. Ich finde tatsächlich den Skin unnormal langweilig. Also ich persönlich würde mir den jetzt nicht wirklich kaufen. Außer für das Rücken-Accessoire, denn das finde ich richtig nice. Diese Waffel-Rücken-Accessoire ist voll cool. Richtig nice. Hier mit Sirup, ein Stückchen Butter drauf. Also ist schon cool, muss man schon sagen. Kann man definitiv eigentlich mitnehmen. Aber, Digga, der Skin ist einfach richtig... Alter, Leute, der ist also wirklich... Also, ihr wisst, was ich meine. Also, Digga, also von der Seite... Jungs, ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Digga, Digga, also das muss echt nicht sein. Also, naja, nicht der beste Skin, den Fortnite tatsächlich rausgebracht hat. Für 1500 W-Bucks muss nicht sein. Für 2500 W-Bucks bekommt ihr tatsächlich das ganze Paket, das Stranger Things-Paket. Hier ist tatsächlich der Emote. Zwei Spitzhacken und die beiden Rücken-Accessoires mit dabei. Plus der Skin natürlich. Sechs Gegenstände für 2500 W-Bucks. Definitiv zu teuer für den Skin, meiner Meinung nach. Ich persönlich würde es mir nicht holen. Mit dabei sind natürlich heute Chief Hopper ebenso. Den kennt man ja, den Bruder. Der hat auch ein anderes Gesicht, aber ich sage euch ehrlich, der sieht eher aus wie der Charakter aus Stranger Things als Elf. Dann haben wir nochmal den Demorogorgon, oder wie der Kollege hier heißt. Ja, Digga, ist kein Skin, mit dem ich gerne spiele, Digga. Da kriegst du Depressionen beim Spielen. Ich sage es euch ehrlich, Leute. Also, muss tatsächlich nicht sein. Aber overall, ein interessanter Shop. Ich muss dazu sagen, es gibt natürlich ein Fortnite-Crew-Paket. Können wir auch nochmal kurz eingehen. Aber ja, da gibt es nichts Besonderes. Also, alles locker flockig. Und dann würde ich eigentlich auch schon sagen, Freunde, das soll es heute mit dem 6.11.2023 gewesen sein. Mit dem Shop natürlich vom 6.11.2023. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst natürlich gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Checkt mein Instagram aus. Link unten in der Videobeschreibung. Ich bin nochmal raus. Wir hören uns im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Frips. Und ciao.